Moin moin und hallo, herzlich willkommen nach diesem kurzen Schnitt. Ich habe mal eben kurz, ja, mir nochmal das Handbuch zur Gemüte geführt und nicht gefunden, dass dort drin steht, dass wir mit der STRG-Taste, die ich versehentlich gedrückt habe, während ich eigentlich die Shift-Taste zum Laufen drücken wollte, dass wir damit krabbeln können. Und jetzt ratet mal, was passiert, wenn man sich hinter diese Leute stellt und nicht, wie ich, eben ganz normal geht, sondern sich anschleicht und sie anklickt. Uh, man kann sie beklauen! Ha, ha, ha! Wer hätte das gedacht? Und ich wette, mit diesem rostigen Schlüssel kommen wir weiter. Das schleichen wir jetzt hinter den. Fünf Gold. So, ich hätte während der kurzen Zwangspause auch mal mein Handy ausstellen können. Ich meine natürlich mein, äh, mein Erinnerungs, äh, Wunderwerk der Technik, was in diesem Zeitalter noch gar nicht erfunden war. Lalalalalala. Du siehst das nicht. Okay, gut. Jetzt haben wir einen rostigen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kommen wir vielleicht da unten durch. Das heißt, äh, es geht endlich weiter, nachdem ich hier zehn Minuten hoff-, völlig hoffnungslos durch die Gegend gelaufen bin und in der Kirche sogar versucht habe, in der, in der Kathedrale, äh, ich habe den Schlüssel. In der Kathedrale habe ich sogar versucht, hochzuspringen, ob man irgendwie auf diese Orgel drauf kann und so. Und genau dabei ist mir passiert, ich habe die SDG-Taste gedrückt und gedacht, komisch, eben war ich einen halben Meter groß, jetzt bin ich nur 25 Zentimeter hoch. Wo komme ich denn da hin? Okay. Ups. Scheiße! Da sollte ich vielleicht nicht reinlaufen. Ja, ein Glück, dass sie hier gerade gespeichert wurden. Ja. Ich habe den Weg durch den Kerker gefunden. Es scheint, dass überall Fallen gelegt wurden, also muss ich hier vorsichtig sein. Merkwürdig, wieso würde man Fallen im Schloss aufzählen? Könnte die Kreatur die Schlossmauern überwunden haben? Nein. Quatsch. Ganz bestimmt nicht. Ah, da kommen wir her. Der Riegel sieht marode aus. Das heißt, versuchen wir es mal mit der Axt. Haha, wir haben eine Kurznachricht erhalten. Oh, ein Wäschekorb. Ah, Schlösser knacken für Anfänger. Kurz mal den Röntgenblick aktivieren und... Das war's. Ich bin ein Meisterschlossknacker. 20 Gold haben wir gerade erworben. Pelz haben wir. Es hat nichts in diesem Fass ausgenommen. Gras und eine tote Ratte. Ja, in diesem... Es hat auch nichts in diesem Fass. Mhm. Gut. Ein ständes Leuchtfeuer mit einem glühenden Symbol. Okay. Wir können also diese Fässer durchsuchen. Getrockneter Hafer. Ist auch nichts drin. Okay. Huh. Was? Ist das hier so ein Horrorgame? Oder war das hier los? Ähm. Das ist schon wieder eine Falle. Tote Ratte. Die Fallen können wir nicht anwählen. Nö, da können wir nur reinlatschen und sterben. Okay. Ja. Kuschelig. Der hat sich quasi aus den Ketten freigehungert. Also ich wette, da könnten wir durchkrabbeln. Ähm. Hallo? Ich weiß, was du bist. Du warst dann, nicht wahr, nicht wahr? Ja. Aber immerhin bin ich frei. Haha. Hähne. Ha! Hm. Rein zufällig haben wir einen dabei. Aber ich wollte dieses Fass durchsuchen. Den können wir ja nochmal befummeln. Ja, wissen wir. Ja. Gut, okay, der labert nichts Neues. Äh, I? Apfel? Bitte? Was gibst du uns dafür? Hallo, Filch. Äh, wie lange bist du da? Äh, wie lange bist du da? Ja, ich habe vielleicht verloren, der Zeit. Du hast gebetet? Wenn dieser Schöne bittet einen Mann, der Schöne erläutert ihn. Und wenn die Moon ist voll, der Demons nimmt seine Lupine Form. Oh! Der Geist der Wolfe. Warum weißt du, dass ich ein Alchemist bin? Nein, meine Freundin. Du kannst mir glauben. Ich werde dir helfen, dass du deine Alchemist bist. Der beste Ort zu finden, um einen Kaulder zu verbinden, wäre die Küche. Es ist nicht weit von hier, aber wir müssen uns aufhören. Die Moon bleibt voll, und wir müssen dich entfernen von der Licht. Find a way to unlock my cell. Also eben hättet ihr noch getötet für einen Apfel, und jetzt plötzlich sollen wir den auch noch befreien? Na ja, gut. Ich habe mit einem Gefangenen namens Filch geredet. Der klingt so ähnlich wie mich. Er weiß eindeutig mehr, als er erzählt. Er wusste von meinem Wissen über Alchemie und der Bisswunde an meinem Arm, von der nicht mal selber ich was weiß. Ich sollte ihm nicht trauen, aber er könnte Antworten auf meine Fragen haben. Ich muss ihn befreien. Ja, gut. Da war nichts drin. Es hat nichts in diesem Fass. Nicht verbrennen, nicht verbrennen. Haha. Da ist immer noch etwas anderes. Wett? Wett? Hallo? Hey. Da ist immer noch was anderes? Och, wir kommen hier nicht weiter. Weil wir vorher noch den Typen da befreien müssen. Moment, war ich hier jetzt? Ja gut, hier gab es sonst nichts. Okay. Das ist ja auch nichts. Hm. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben jetzt, äh, wir haben noch den verrosteten Schlüssel. Und wie viel Cash haben wir? 75 erst. Und wir haben komischerweise, warte, äh, wir haben Pelz gefunden. Wow. Pelz. Hm. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus und gucken, ob wir vielleicht mit dem Schlüssel auch in die andere Halle da reinkommen. Weil das vielleicht ja der Universalschlüssel ist. Weil das vielleicht ja der Universalschlüssel ist. Lalalalalalalalalala, treppe hoch, treppe hoch, treppe, treppe, treppe hoch. So, blockiert, blockiert. Das heißt, einmal hier wieder durch, zack. Verschlossen. Ich habe den... Sag mal, welche Flach... Welche Flachpfeife hat hier abgeschlossen? Ehrlich jetzt? Wer schließt denn hinter mir die Tür ab? Das machst du doch nicht mal ich. Und jetzt haben wir eine Ladezeit. Okay, die Ladezeit ist vorbei. Ich hoffe, dass hier jetzt irgendwas Neues ist, was diese Ladezeit rechtfertigt. Blockiert. Und jetzt erwarte ich, dass es hier heißt, wir haben den Schlüssel. Was? Ich habe den Schlüssel nicht. Kommen wir vielleicht hier durch? Blockiert. Warum war denn da eine Ladezeit und warum war denn das abgeschlossen? Ladezeit. Ah, die Ladezeit ist vorbei. Und hier liegt schon wieder ein neuer Apfel. Den können wir natürlich mitnehmen. Gut, der Rest liegt hier nicht mehr. Ja. Dafür hat sich die Ladezeit doch gelohnt. Für einen Apfel. Juhu! Wo ist eigentlich die Magd, die uns gesagt hat, dass sie uns jeden Wunsch von den Lenden, äh, Lippen abliest? Ladezeit. Ah, die Ladezeit ist vorbei. Wir sind im Gestezimer. Wir sind im Gestezimer. Und... Hier gibt es auch nichts Neues. Okay, gut. Immerhin. Was sagt das Journal? Ich muss den Typen befreien. Aber mit Pelz kann ich das ja wohl nicht machen. Verrosteter Schlüssel passt ja wohl nicht, oder? Ich dachte, jetzt komme ich hier irgendwo weiter mit dem verrosteten Schlüssel. Aber... Scheint blockiert zu sein. Ähm, Moment. Da kam ich gerade her. Ich habe den Schlüssel nicht. Und diese Tür hier blockiert. Aber warum war hier unten wieder abgeschlossen? Hm. Merkwürdig. Gut, okay. So. Plopp. Sagen die noch was? Nö. Jetzt kann man die nicht mal mehr anwählen. Weil wir sie schon abgezogen haben wahrscheinlich. Yep. Die sind jetzt völlig nutzlos. Blockiert. Da will ich jetzt nicht rein. Es sei denn, wir können mit dem... Nee. Glaub nicht, dass ich mit dem... Out of memory. Juhu. Das heißt... Wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. Ich hoffe, dass nicht so viel Spielprogress quasi verloren gegangen ist. Und... Hoffentlich stürzt das Spiel dann nicht wieder wegen Speichermangels ab. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen nach einem kurzen Schnitt für euch. Für mich musste ich jetzt eben kurz mal ein klein wenig nachspielen. Weil... Naja, irgendwie hat der Savegame am Anfang des Kerkers wieder angefangen. Und... Ähm... Ja gut. Wir können den Typen jetzt schon befreien, weil... Dass das Spiel abgestürzt ist, hat wahrscheinlich den Grund, dass ich zurückgelaufen bin. Und das sollte ich eigentlich nicht. Dementsprechend hat das Spiel wieder irgendwelche Levels geladen, die er schon längst quasi aus dem Speicher rausgekickt hatte. Und dann gab es ein Out of memory. Die Aufnahme ist auch gleich mit abgeschmiert, aber ist zum Glück nicht kaputt gegangen dabei. Das heißt, befreien wir den Alten mal. Weil das Spiel nicht will, dass wir weiterkommen. Wir haben Apfelsamen bekommen. Ja. Und Journaleintrag. Ich habe Filch aus seiner Zelle befreit. Er sagte, er will mich in der Küche treffen, um mir beim Mischen eines Tranks zu helfen. Ich kann nicht den Pfad zurück durch den Hinterhof verwenden. Der Mond würde mal sein Licht auf mich werfen. Klar. Eben ging es noch. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zur Küche. Mhm. Ich würde ja einfach mal hier anfangen zu kriechen, wie wir das eben schon versucht haben. Wo es dann hieß, ich kann hier nicht links. Diese unsichtbare Wand hindert mich daran. Uh, die unsichtbare Wand ist weg. Jetzt kommen wir durch die Tür in die Katakomben. Ja. Nach dieser Ladezeit. Jo. Gut. Okay. Hä? Ähm. Äh. 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 What the... Ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Nein! Das passiert, wenn Linkshänder mit Rechtshänder-Steuerung spielen. Ähm. Äh. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Versuchen wir es nochmal. Ähm. Höp. Höp. Äh. Verdammt. Nein! Tot. Höp. Höp. qué höp! Höp. what!? Häp. hat! Höp. WAgi. Untertitelung des ZDF, 2020